Hallo liebe Kinder, ich gehe heute wieder ins Museum, ins Schokoladenmuseum. So sieht ein Schokoladenbaum aus. Schau mal, wow, so ziehen die Dinge aus und da ist das drin. So viel Kakaobohnen sind das. Oh, lecker. So sieht der Baum aus, der Kakaobaum. Schau ich ein See. Hier noch schnuppern. Rum. Oh, da ist Rum in der Schokolade. Und mein, das ist nichts für mich. Schau mal, die war früher gar nicht quadratisch. Schau mal, guck mal einmal an. Und da steht Cannstatt. Früher war die Fabrik in Cannstatt. Und da ging Schokoladenmuseum. Warte mal, Stuttgart, Cannstatt. Und wir sind jetzt, wie heißt es hier? In Waldenbuch. In dem Film hat der Mann gesagt, egal wo sie sie kaufen, sie ist immer aus Waldenbuch. Buch. Notprodukt. Pralinen. Witzig. Witzig. Silberpapier angewittelt. Guck mal, die haben Pralinen früher gemacht. Da haben sie Osterhasen und Nikoläuse gemacht. Ach, witzig. Die haben ja jetzt Ostern. Da sind die Nikoläuse. Seit 1964 gibt es nur noch quadratische Hittersport. Schokolade. Keine Pralinen mehr. Keine Nikoläuse. Nichts anderes mehr. Nur noch quadratische Schokolade. Interessant. Da steht's. Oh, die sind ja ganz, ganz, ganz winzig. Ich hab noch eine dritte Erdbeere gekriegt. Aber die ist größer. Deine Erdbeere, gell? Ja. Die sind ganz winzig. Die sind ganz winzig. Und groß. Die habe ich schon dreimal alle. Lecker. Wir wollen in den Schokoshop. Da. Schokoshop. Da steht Goldschatz. Du bist mein Goldschatz. Da ist ja überall Schokolade. Der ganze Laden ist voll mit Schokolade. Guck mal, guck mal, guck mal. Oh nein. Lecker. Das kaufen wir? Ja. Cool. Die kaufe ich für die kleine Kirche, weil die ganz, ganz klein sind. Testtafel. Testtafel. Testtafel sind das. Orange. Mh. Witzig. Ohne Verpackung. Joghurt. Die nehme ich. Ich habумlos jetzt wieder aufgebracht. Frohe Ostern. Frohe Ostern. frohe Ostern. Frohe Ostern. Frohe Ostern.